Wartet! Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum zweiten Part von 2Dark, oh yeah! Ich hab's hingekriegt, dass das nicht mehr so hing. Im Hintergrund hatte ich komischerweise, ich hatte noch den Internet Explorer an, also beziehungsweise Chrome und haben sich irgendwie 1000 Tabs geöffnet. Auf dem kurzen ist die FPS irgendwie total in den Keller gesunken, aber das kennt ihr ja vielleicht. Okay, ich hab halt nicht diesen High-End-Computer. Ich bin jetzt dieser alten Dame oder ist das ein Kerl? Ich kann's nicht mal sagen. Anna, das wird eine alte Dame sein, nehme ich an. Bin ich jetzt mal hier herein gefolgt und ja, hier sind wir jetzt. Und dann würde ich mal gucken, hat die uns was zu sagen? Du bist ein Freund des Clowns? Das ist mit... Das ist mi casa. Aha, wer bist du? Soy Charlotte, der Star del Ciro. Zumindest früher. Jetzt ist das hier mein Zuhause. Ich habe diese Kisten von den... Ich hab jetzt nur gestohlen, aber ich kann sie nicht öffnen. Bring die Kinder nach Hause. Es passt auf... Es passt... Aber pass auf den Clown auf. Er ist böse. Da sind die Kisten, finde ich die Möglichkeit, sich zu befreien. Hä? Also kannst du... Duell Nino retten? Hä? Was muss ich machen? Aber das ist... Aber da ist jemand drin. Ist da jemand in der Kiste drin? Ist da jetzt echt ein Kind in der Kiste drin? Komm, ich rede mal mit der hier. Aktion mit Kindern... Blablabla. Smith muss die Kinder zum Ausgang begleiten. Entweder in einer Gruppe oder einzeln. Die Kinder folgen Smith weggenau. Genau. Okay. Okay. Unsere Aufgabe ist immer hier diese Kinder zu retten anscheinend. Mit Gewalt. Smith kann ein Kind hochheben und zwingen, dorthin zu gehen, wo er will. Warte mal. Ich will das hochheben. Ah. Folge mir. Auf Kind warten. Oh, jetzt können wir es rausbringen. Folge mir. Komm, 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 kleines Kind. Komm, 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 komm. Way out. Ich glaube, ich muss immer... Ah, tatsächlich. Ich muss es immer hier zu diesem Way out bringen. Gut gemacht. Du hast ein Kind gerettet. Hier müssen noch Kinder gerettet werden. Ich habe nicht genug Hinweise. Ich kann hier noch nicht weg. Okay. Also ich muss erst alle Kinder hier wahrscheinlich drinnen retten, die entführt worden sind. Oh, was haben wir denn hier? Einen Stock haben wir gefunden. Also gehen wir wieder rein. Hier ist auf jeden Fall sicher noch eins drin. Also kannst du El Nero Red... Ja, ich probiere es. Ich probiere es, meine Liebe. Was haben wir hier noch? Kerzen. Ah, da geht es dann wieder raus. Verstehe. Ne, wieder rein will ich. Zeig mal. Hier ist nichts mehr. Ah, vielleicht mit dem Stock. Ja, wieso sperrt die denn ein Kind hier drinnen ein und sagt, dann kann ich das Ding retten. Das kannst du ja selber da rausholen. Ist die irgendwie blöd oder so? Was haben wir hier in dem Schrank? Bonbons. Ja, eben. Die Bonbons, die kann man so Hebel oder Schalter aus Ferne aktivieren. Ein Geräusch erzeugen. Fallen entstehen. Das sind einfach nur so Fallen. Kinder zu dir locken. Komm, kleines Kind. Komm, wir sind fair gewaltiger, Mann. Okay, gut. Ich habe ein Bonbon gefunden. Ah, eine Kerze habe ich gefunden. Was haben wir hier? Taschen aber ausmachen. Ich könnte mit der Waffe da drauf schießen, aber das wäre ein bisschen unlogisch, oder? Was hat die uns noch irgendwas zu sagen? Oh, shit. Du bist schlimmer als der Clown. Komm, ich bring die oben. Scheißegal, Mann. Wartet. Nein, einfach rumgebracht. Was habe ich? Einen goldenen Anhänger habe ich gefunden. Eine Kette mit einem kleinen Goldherz als Hänger. Oh. Jetzt wäre eine Kippe recht. Ich glaube, der sagt es immer so, wenn man länger nicht gespeichert hat, weil... Zur Sicherheit, denke ich mal, knallt er die einfach ab. Okay. Nein, so geil. Oh, was haben wir hier? Interaktionen, die du mit anderen Händen durchführst. Mit deinen Händen durchführst. Sind grün blinkend. Bewege eine Leiche, schiebe oder ziehe eine Kiste. Aktiviere einen Hebel. Okay. Okay. Ah, ich kann die... Ja, die muss ich ja nicht bewegen. Hier haben wir einen Batterien. Die kann man immer brauchen. Oh, ich muss gar nicht mit der Tastatur spielen. Super, dann ist das nicht so laut. Ähm. Okay, vielleicht kann man die Kiste hier irgendwie rausziehen. Geht das? Ne, das geht auch nicht. Was muss ich denn hier machen? Wartet mal, ich schließe... Ich schieße jetzt echt mal auf die Kiste drauf. Oh, keine Munition mehr. Haben wir noch einen Patronen dabei? Ne. Scheiße. Was haben wir denn hier? Ein altes Poster. Und was haben wir hier so? Nichts besonderes. Hm. Da ist sonst nichts. Das ist ein Bett? Wie kann man... Aber ich kann die ja gar nicht packen. Na, egal. Nehmen wir einen Bonbon daraus loggen? Ne. Vielleicht hat... Ah. Vielleicht gibt es noch mehrere Räume hier. Das kann natürlich auch sein. Ähm... Guck, was haben wir hier? Du hast den Schlüssel für diese Tür nicht. Ich brauche einen... Ah, ein Brecheisen. Okay. Dann lasst uns mal weitergehen. Ein altes Poster. Boah, jetzt geht es schon wieder so runter. Ah, es geht doch. Ähm... Da haben wir was. Guck mal. Bonbon. Da war ein Geist. Okay. Batterien. Ich habe etwas gefunden. Ein paar Batterien. Sonst nichts. Hä? Hä, cool. Noch ein paar Bonbons gefunden. Ich muss mir auf jeden Fall als nächstes hin. In die Geisterbahn. Ich habe etwas gefunden. Ein paar Bonbons. Okay. Rote... Äh... Rotes Inventar. Smith ist sichtbar. Blaues Inventar. Smith ist im... Ähm... Dunkeln unsichtbar. Leiser Modus bewege. Um... Plus umschalten. Um leise zu sein. Okay. Aber ich brauche ja... Eine Taschenlampe. Oh, oh. Äh, okay. Yes. Die habe ich. Schlag in die Fresse. Ein paar Batterien. Sehr schön. Offenbar wurde der Strom abgeschaltet. Nichts funktioniert. Okay. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie den Strom aktivieren. Oh, da geht es lang. Oh, das war ein Loch. Oh, wer sieht denn, dass das ein Loch ist? Das sieht man doch gar nicht. Scheiße. Oh, jetzt muss ich da, wo ich gespeichert habe? Ah, so ein Scheiß. Ja, easy. Ich weiß aber, wo es lang geht wenigstens. So, dann hatten wir... Da sagt er nur, dass ich eine Sprechstange brauche. Hier werden dann ein paar Bonbons zu holen. So. Ey, das hat man jetzt aber echt nicht gesehen, dass da ein Loch im Boden war. Guck mal, da oben. Ja gut, das ist auch eine Geisterbahn. Also gut. Bam. Ist die tot? Komm her, du... Ey, die bringt mich noch um. Bam, so. Sehr schön. Wir müssen den Bonbons holgen hier. Das ist ein Loch. Wer rechnet denn damit? Komm, komm, komm. Oder ist die tot? Ah, die ist da reingefallen. Okay. Nein, jetzt... Wow. Ah, das ist nur Käfer. Da kann man drüber treten. Was ist das hier eigentlich alles? Ja, wer weiß denn das, dass das eine Falle ist? Ich... Oh. Ja, Leute. Ich speichere am besten kurz, bevor wir hier reingehen, ab. Also nochmal. Ja, ich weiß, ich soll Niro retten. Also, nochmal. Bonbons holen. Der Geist. So. Okay, kurz speichern. Sehr schön. Spiel gespeichert. Taschenlampe. Hier die Batterien holen. Jetzt kommt dann erstmal wieder diese Ratte. Ich würde ja... Nie, schießt hier drin nicht. Man weiß nie, was hier drin ist. So. Jetzt kommt die hier wieder. Na, komm schon. Vorhin habe ich die auch mit einem Schlag gekillt. Die ist jetzt da reingefallen. Aber man muss ein bisschen auf die Blutspritzer wahrscheinlich achten. Ah, die gehen weg, wenn sie im Licht sind wahrscheinlich. Ja, genau. Okay, da muss man da anscheinend echt ein bisschen aufpassen. Ist der echt? Der ist 100 pro echt. Jetzt ist er jedenfalls nicht mehr echt. So. Ich sollte ein bisschen Munition sparen. Was haben wir hier? Was ist denn das? Was ist denn das? Ah, ein Bonbon. Auf die Fallen hier muss ich echt aufpassen. Ja, hier kommen wir wieder nicht rein, weil der Strom deaktiviert wurde. Da haben wir was. Stromkasten. Was haben wir? Eine Fachzeitschrift gefunden. Und sonst ist hier nichts. Was? Ah, der muss den Strom abstellen. Ja, komm nur. Ich bringe den um, ist mir egal. Geräusche. Ja, das sind diese Wellen, die wir erzeugen beim Laufen. Egal, ich bringe den um. Wer bist du? Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde. Ja, ja, ich gehe. Ihr seid hier nicht sonderlich gastfreundlich, was? Und wie steht das mit dir? Wie steht das mit dir? Was machst du hier? Du sollst verschwinden. Die anderen kommen jeden Moment zurück. Okay, komm, ich gehe einfach mal. Das beantwortet meine Frage nicht. Was machst du hier? Ey, ich will mit dem reden. Das ist mein Zuhause. Ich habe alles repariert. Ich muss zum Schluss kommen. Bla, 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 zu Hause. Verschwinde von hier. Wenn ich nicht gehe, flippt der alte Spinner vielleicht aus. Ich muss da doch jemanden raus, äh, äh, reinkommen, ohne dass er mich bemerkt. Also ich muss da reinkommen, ohne dass er mich bemerkt. Okay. Du machst, äh, was machst du denn da? Hast du mich nicht verstanden? Verschwinde hier. Okay, wir müssen echt abhauen mal. Oh, schaltet jetzt den Strom wieder aus? Oh, was ist denn mit meiner... Die Maus spinnt so bei mir. So. Was ist das? Ah, der arbeitet dort. Und an dem soll ich vorbeikommen. Ah, ich muss sicher den Strom anschalten. Oh, was ist das denn? Der Hebel hier startet wohl den... den Geisterzug. Aber der Strom fehlt. Ah, okay, verstehe. Oh, Leute. Der wird sicher überfahren. Go, 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 go. So. Nein. Ah, wir sind durch. Super, super, super. Öh, was ist das denn? Die haben Waffen... Haben die Waffen... Der hat das Messer. Kommt zurück. Das ist nicht... Äh, das ist nicht gefährlich. Ich will nur ein bisschen... Was? Ich will nur ein bisschen üben. Was machen die? Müssen leise sein. Der wirft mit Messern auf den... Oh, fuck, fuck, fuck. Der hat mich gehört. Okay, wir gehen weiter. Ich hab nicht... Ich hab... Toll. Da oben kommt man lang, gell? Ich seh aber nix. Oh, mach raus, mach raus. Seit wann interessieren dich die Befehle des Clowns? Komm schon her, kleiner Mark. Lass uns ein wenig Spaß haben. Okay, der will auf jeden Fall... Mit Messern auf den Werfen. Was haben wir hier? Irgendeine Art Zelle oder so? Ich brauche eine Brechstange. Ja, ich weiß. Oh. Nein. Oh, das wird knapp. Oh nein. Oh, komm schon, du Bastard. Ja, ich hab keine Chance gegen den. Oh, ja super. Chance. Scheiß E-Mail bekommen, ey. Ah, verdammt. Ja, muss hier laden. Warte, ich muss mal schnell die Kopfscharer richtig einstellen. Oh, Leute, 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 Leute. Ich hab noch drei Schuss mit der Waffe. Die hebe ich mir auf jeden Fall für diese Bastarde auf. Ja, das soll eben zeigen, dass man da nicht rein darf. So. Das ist ja alles okay hier. Ein paar Bonbons. Da komm ich ja nicht durch. Einfach die blöde Ratte stört. Nein. Go, go, go. Und durch. Sehr schön. Schnell speichern. Hey, was ist denn? Was ist denn mit meiner Maus los heute? Ganz komisch. Rauchen wir schnell eine? Ey, ich würde die abknallen. Ohne Scheiß. Ich sage aufhören. Antoine schlägt uns tot, wenn wir ihnen nicht noch ein Kind bringen. Also das sind ja wohl die Kindesentführer hier. Oh, fuck. Ah doch, hier geht's weiter. Ah, nee, hier waren wir schon. Was haben wir hier am Boden? Eine alte Ausgabe einer Zeitschrift. Ist mir egal, ich bring die um. Ja, wie viel Leben haben die denn? Ja, sicher. Ich schieße zwei, dreimal auf die drauf. Na gut, ich habe gespeichert wenigstens. Ah, nee, das schaffe ich nicht. Ich folge denen einfach mal leise. Ich brauche dennoch noch... Oh, nee, warte, der hat mich gehört. Fuck. Ganz ruhig, ganz ruhig. Der sieht uns nicht. Der sieht uns nicht. Bisschen leiser sein. So. Ja, mach doch. Komm, guck doch nicht so dumm. Was soll... Ja, endlich. Okay. Ja, sicher. Ah, Leute, 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 Leute. Ich will es ein bisschen weiter noch schaffen. Komm. Das schaffen wir. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Hier rein. Nein, die Tür ist zu. Scheiße. Los. Äh, Taschenlampe. Nein. Ich muss irgendwo den Schlüssel finden. Ein Bonbon. Ein altes Magazin. Ich frage mich. Jo, sicher. Mach noch mehr Krach. Jo, sicher. Wo kriegen wir diesen blöden Schlüssel her? Ah, brecheisen gefunden. Sehr schön. Oh, nein. Oh. Na gut, Leute. Wir wissen, wo es brecheisen ist. Und da würde ich sagen, dass wir die Kinder beim nächsten Teil befreien. Oh, mein Gott. Das ist sogar beleuchtet, die Stelle. Oh, Gott. Oder komm, wartet mal. Wir machen das noch schnell. Brecheisen. So. Müssen wir eigentlich nur noch das eine Kind da hin? Das bei dem Clown, den wir umgebracht haben da, oder bei dieser Alten da, müssen wir noch das Kind befreien? Oder hat es hier drin auch noch welche? Ich weiß nicht, weil hier drin hat ja kein Kind rumgeschrien. Schauen wir doch noch mal schnell. Schauen wir doch noch mal schnell. Breche Stange nehmen. Hier war das gewesen, genau. Ich will es meinem Papa alle in diesem... Okay, gut. Los, folge mir. Komm, komm, komm. Ich habe das Ding einfach geschlagen. Wie viele Kinder gibt es hier denn zu holen? Das sage ich meinem Papa. Und mein Papa wird... Oh, keine Ahnung. Ich muss hier noch ein Kind holen. Okay, aber Leute, das letzte Kind holen wir im nächsten Teil. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, haltet die Ohren steif. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann sehe ich auch bald Wochenende. Und... Ciao! Wir sehen uns rein. Bis zum nächsten Mal. ана. Untertitelung des ZDF, 2020